Als Leonardo da Vinci dann in dieser wunderschönen Zeichnung zu Papier gebracht und von ihm ist das Zitat überliefert gegenüber einem Schüler Weißt du, dass unsere Seelen aus Harmonien gebildet werden? Wie schaut das jetzt in der Wüste der Wirklichkeit aus? Wir sehen hier diesen jungen Mann und gerade junge Menschen sind enorm bereit zur Leistung, sich etwas aufzubauen, etwas zu schaffen, sich ihre Welt zu schaffen und sind einer Unmenge von Belastungen unterworfen. Hausbau und Familiengründung, das muss finanziert werden, also hat man ein finanzielles Problem bei der Bank möglicherweise. Dann kommen die Kinder daher, der Beruf verlangt das seine, weil das ist genau der Zeitraum, wo man seine Karriere aufbauen will, wo man sich besonders hineinsteigert, wo man lernt und Fortbildungen macht, vielleicht das eine oder andere Hobby auch noch pflegen will und dann werden aber die Eltern älter und dann werden sie krank, dann muss man dort noch um die Pflege schauen und irgendwann ist man selber auch noch einmal krank. Also das heißt, es gibt eine Unwende von Belastungen, die diese Harmonie, diese Balance immer wieder in Frage stellen. Sie alle kennen diesen Begriff Human Resources, also der Mensch als Rohstoff, ein beliebtes, gerade in der Wirtschaft ist ein oft zitiertes Begriff, ein beliebtes Wort, aber das ist entlarvend, das ist einer von diesen Human Resources, von dem kann man alles verlangen und von dem kann man so richtig ausplündern wie ein Rohstofflager, bis endlicherweise einmal nichts mehr geht. Amen. Amen. Adam